Dass ich das als Einstieg brauchte. Haha. Wieso hast du das in der Hand? Oh ja! Kacke wühlen! Komm. Tierkot. Tier... Und der sieht nur so aus wie Tierkot. Ich dachte, da wären drei von ihm gewesen. Bap. 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 Ich habe nicht mehr was Einstelliges in die Hand. Das ist ja... Damit wir mal einwillen gucken. Ihr wollt mich veralbern, oder? Zwei. Und wir brauchen insgesamt vier. Pro Stoff. Na, dort kann ja was werden. Und das war ein C-Auftrag. Lul. Lul. Jawohl. Zwei. Ähm. Gibt nichts mehr. Laufen wir nochmal drum rum. Dit muss ich jetzt aber nochmal sehen. Bap. Dit glaub ich doch gar nicht. Stoff. Stoff. Teutsache fünf. Boah. Wir brauchen noch elf. Oh. Haben wir überhaupt... Na ja, haben wir noch vier. Das heißt, in den nächsten Tagen werde ich wohl mal vorn gehen müssen. Mal größere Bäume. Ja. Wir müssen unbedingt wieder in die... in die Ruine rein. Ruinentauchgang machen. In die Ruine rein. So, hier gibt's nichts mehr. Einen wilden Gorkong noch gekriegt. Hier brauchen wir nicht dritten. Das sind Gummiballen. Schnellt mal. Schnellt doch mal das Regen denn da ab. Ja, wir wollen noch ein Gorkong. Jetzt wollen wir nochmal drum rumlaufen. Ja, ist nichts mehr. Was haben wir denn? Acht von sechzehn. Jawohl. Supi. Nein. Nicht mit dem Schwert. Da gab's nen Gorkong. Da gab's den zweiten Gorkong. Ist das bei jedem? Zwei Gorkong. Zwei Gorkong bei jedem Baum. Da hinten nennt man rein. Hier haben wir nur die Nomen rollen. Wir brauchen die hier. Mit diesen Geteilten. Mit diesem Doppelstamm. hier kommt's nur ein. Wie, irgendwas Größeres da? Sind das alles da bitte? nein das sind noch größere bühne die kann ich nicht 12 müssen bei jedem warum sind es zwei das ist die bauern den hier wir müssen auch noch genau einer rumliegen dann brauchen wir den noch können wir so zumindest morgen abgeben könntest du bitte weg gehen das ist nicht aus versehen da so der macht nichts mehr die bäumlingen wir haben unsere 16 warten wo ist meine bude wie weit wir schon wechseln hier gab es hier ein autorlaub oh ja das habe ich sogar auf num gesetzt stimmt ach da oben steht sogar so dit hammer oh hier es wird größer rechtsklick status überprüfen wir müssen noch nicht nach bauen backen so wir müssen noch mindestens einmal auftanken vier stück dauert sechs stunden jawohl über nacht und früh ist fertig dann können wir auch noch früher wieder nach nach legen das macht jetzt wenig sinn mit 27 gut hier hat man noch verbrauchen können immerhin schlafen gehen schnarchen oh das ging jetzt aber schnell konnte ich mir nicht mal die nase putzen wir haben endlich mal etwas besseres wetter sieht immer alles so krallig raus kann ich hier schon mal was rausschmeißen ja 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 hier gut hat man auch hier und den honig und das und das hat man auch alles hier das nicht das nicht das nicht das auch nicht mit schnarchen krebsdrasse besser den schnarchen den schnarchen uns die stöfflinge schnarchen uns die kupferbronn mehr haben wir ja nicht ein kupfer ne nein ist kein kupferarzt mehr da das heißt wir gehen heute in die höhle benzin aufgebracht auf tanken bestätigen oh dann bauen wir da bitte weiter hier haben wir auch das kupfer raus hier können wir nicht weitermachen und hier machst du automatisch weiter und das legen wir rein in die max klatteralldeutsch baumatz das auch noch nicht aber nee das hartholz auch nicht aber das bretter auch nicht aber das ok er zu steine aber da wird nicht alles reinpassen das hat man dort noch nicht das achso wir hatten keine bronzerbomben mehr da hätte ich die fertig da wird man ja jetzt die rohre gebaut genau wir brauchen dann definitiv mehr kisten das kann man ja dann da reinpacken kommen lassen sie erstmal hier zwischen lagern da ist eine kupfer entdeckt ich gucke nie hier unten rein das ist richtig dann gucken wir da rein von der ziviltruppe wir freuen uns damit zu teilen dass wir noch erfolgreicher sicherheitsruf eine neu verlassene ruine zum tauchen geöffnet haben sie befindet sich auf dem hüge im norden der stadt jenseits des gebäudes der ziviltruppe jawohl vom forschungszentrum wir haben etwas nützliches auf der daten des gefunden die du uns gestern gebracht hast wir müssen noch einiges durchsehen und senden dir die ergebnisse innerhalb von zwei tagen ja schön danke wir machen heute eine versammlung 19 uhr bürgermeister luiba service unterhalten unauffällig ich habe nichts gesehen ich war gar nicht da achso wir müssen erstmal hier abgeben hast du ein neues rezept du bist beschäftigt sehe ich neunzig prozent sein wahr redest du jetzt mit mir mhm unterhalten hm hm halt schule vorbeigerannt schule du wolltest den stoff haben handelsauftrag pietchen rufpunkte 59 higgins 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 schule beginnt um neun jawohl aber das sind Zeiten wahr um neun schule beginnt um neun so was gibt es jetzt d plus oder was tal ist meine weiß ich doch gar nicht was die kosten 31 punkte 28 2 kleine stühle die könnten wir ja hinkriegen 5 seil weiß ich nicht was kostet was weiß ich wo das für sam hm 4 talismane ach komm risiko 31 jawohl wie schauts aus wir sind schon wieder beruhigt worden ne soll nach unten gar nicht rennen ne ja müssen wir uns noch ein bisschen lang machen ernten vier talismane ja zeigts mir ja euch nochmal genau wie schön billig die jetzt sind 3960 7000 die würden 80 weniger bezahlen be total mit der mir vier talismane window und müssen die ganz oben eine ruine Testament die ök touching von in springen auch wir haben nicht mal das zeug von der ersten rausgeholt na gut gucken wir uns trotzdem gleich mal die zweite weil wir neugierig sind die kohle dafür durften wir haben und wieso ein geleuchteter auftrag hier 300 gold ist der auftraggeber bestimmt in der ruine drin wir wollen wieder 31 punkte mehr kommt man hier auch irgendwie raus hier unten wir haben jetzt hier was blaues hatten wir das drüben auch schon man kann was macht man kann weiß ich schon gar nicht mehr viel zu lange her aber wir brauchen nur kupfer und da 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 ja jetzt hat es geleuchtet da und da und da aber wir nehmen erstmal eine kleine menge mit und ansonsten kupfer und zinn brauchen wir dort ist immer gut sooo was haben wir denn hier ach quatsch ist das schon Eisen in der zweiten hier gibt es schon Eisen ich dachte das war es in der dritten das bin ich ja völlig von da rolle das man hier ja gar nicht reingehen muss aber ich bin so neugierig so und eigentlich wollten wir ja wie war das? F genau mal ein bisschen erkunden ich brauch auch noch so ne Brille und dann Y